Hallo ihr Klang von Antica und willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich was mit Klasse und Stil und dabei auch mit ordentlich Druck unter der Haube. Und nein, es ist kein Oldtimer. Also viel Spaß bei dem Video. Bluetooth-Loud-Sprecher. Mittlerweile ja nichts Neues und für wenig Geld kann man mittlerweile auch recht akzeptablen Sound genießen. Die meisten sind dabei sehr portable für unterwegs konzipiert. Ich meine, jeder hat sein Handy dabei, jeder hat dann dementsprechend auch seinen Bluetooth-Loud-Sprecher dabei. Naja gut. Doch wer auf den Akkubetrieb verzichten will, weil er keinen Bock hat, ständig seinen Akku tauschen zu müssen, weil der mal wieder abgeschmiert ist. Ja okay, das kommt jetzt nicht so oft vor. Aber wenn man die Box eben jetzt nicht oft mit sich rumtragen wird oder auf jeden Fall will oder eben Wert auf einen richtig ordentlichen Klang setzt, dann möchte man den altbewährten Netzstrom verwenden oder nicht. Dabei bekommt man dann entweder WLAN-Boxen für die Multiroom-Anwendung oder ganz normales Stereo-Boxen mit Bluetooth. Ohne solch eine Kopplungsfunktion, damit man mehrere zusammenschalten kann, was man ja von diversen WLAN-Boxen kennt. Wobei man auch sagen muss, dass es da draußen auch einige Bluetooth-Loud-Sprecher gibt, die sich koppeln können. Die Marshalls Danmore im heutigen Video aber eben nicht. Und warum diese für meinen Geschmack dennoch die beste Entscheidung in Sachen Preis-Leistung ist, das erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Also erstmal zu den allgemeinen Daten, auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich erstmal nichts damit anfangen können. Wir haben hier einen 80-Watt-Stereo-Loud-Sprecher mit Bluetooth 4.0, also ganz normales Bluetooth. Mit APTX-Technologie, was eigentlich nur die Streaming-Qualität etwas aufpushen soll. Sofern euer Quellgerät, also euer Smartphone oder whatever, mit was ihr eben gerade streamt auf die Box, das ebenfalls unterstützt. Außerdem haben wir zwei Hochtöner mit 19mm und zwei Tieftöner mit 133mm und schon ganz normalen Bass. An Anschlüssen und dem ganzen Kram, um den Klang ohne Bluetooth da reinzubekommen in die Box, gibt es beim aktuellen Modell nur noch ein 3,5mm Klinke und ein Kinch. Was diese bunten Kabel sind, diese AV-Kabel, bloß eben nur zwei dafür für den Ton. Und mit nur meine ich auch nur, denn leider, wie so oft, wenn irgendwas Neues rauskommt, wurde etwas weggelassen. Ob es jetzt aus Spargründen war oder aus irgendwelchen anderen Gründen, kann man nicht sagen. Jedenfalls fehlt der optische Eingang und die Funktion, das Gerät in einen Stromsparmodus zu versetzen. Dafür gab es beim alten Gerät, sag ich mal, hinten so einen kleinen Schalter, mit dem man quasi in den Stromsparmodus wechseln konnte, sodass das Gerät immer am Strom bleiben konnte, ohne dass es wirklich Strom verbraucht, weil das Netzgerät einfach den Strom abgeschaltet hat da drin. Das ist jetzt beim Nachfolger leider nicht mehr so. Es gibt absolut keinen Grund, so das einfach rauszulassen. Ich meine, es nimmt ja jetzt nicht gerade viel Platz weg. Ich meine, die Box hat ja für so einen... Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Eigentlich ist die Stelmoor tatsächlich etwas Moor. Ja, okay, das kann man jetzt, glaube ich, nicht... Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich glaube, ich lass einfach... Jedenfalls ist die Stelmoor gar nicht so klein, wie man anfangs denken könnte. Sie ist zwar der kleine Bruder der Wobbern, also der größten Marshal, jedoch ist sie nicht wirklich klein. Mit ihren 35 x 18,5 x 18,5 cm ist sie zwar logischerweise kleiner als ihr großer Bruder, den Wobbern eben, aber dennoch nicht die kleinste. So klingt es auch, denn wenn man es mit der Lautstärke etc. nicht gerade komplett übertreibt, wirkt der Stelmoor einfach wie ein Wobbern in kleinerem Gehäuse. Der Ton klingt klar und voluminös, je nach Einstellungen natürlich, also je nachdem, wer ihr die Bässe einstellt. Denn diese kann man bei allen Marshalboxen allerdings oben mit den Reglern nach seinen Wünschen anpassen. Aber mit der Lautstärke sollte man behutsam hantieren. Zwar ist die Empfindlichkeit nicht so groß wie beim Wobbern, aber auf jeden Fall noch groß genug, dass die Musiklautstärke bei leichten Antippen des Reglers mal locker um gefühlt einen halben bis ganzen Strich ansteigt, obwohl sich der Drehregler quasi gar nicht bis kaum bewegt hat. Die Bässe ballern einen jetzt nicht gerade vollkommen vom Hocker, allerdings muss man dazu sagen, also selbst auf Stufe 0 hat die Box noch so einen leichten Bass, somit muss man nicht unbedingt am Bass so heftig rumdrehen. Aber dennoch ist Stufe 6 noch so die normale Stufe, ansonsten ballert es halt richtig. Aber die Stelmoor zeugt ja auch von außerordentlichem Stil und wahrt so vielleicht auch so ein bisschen die Form, mit ihrem eleganten Retro-Look und dem cremebraunen oder schwarzen Kunstleder. Da wäre ein eskalierender Bass, der ja alles komplett zerhämmert, vielleicht nicht gerade passend gewesen. Dennoch reicht er eben für die meisten Anwender locker aus, sowie seine Maximallautstärke, zu dem die meisten sein volles Potential wohl kaum ausschöpfen werden, weil sie zur Miete wohnen und sonst wahrscheinlich nicht mehr lange dort wohnen würden, oder es einfach zu laut ist, um es erstmal angenehm hören zu können. Denn ich denke mal, wenn man wirklich auf maximaler Lautstärke hört, dann kann man das, denke ich mal, nicht mehr mit angenehmen Musikhörern vergleichen, weil da scheppert es dann richtig. Also wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einer ordentlichen Bluetooth-Box, und da kommen wir dann auch zu ihrem größten Pluspunkt, also wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Bluetooth-Box seid, mit einem geilen Klang, dann seid ihr, denke ich mal, hier gut bedient. Die Box bekommt man aktuell für ca. 200 Euro, wenn man Glück hat, sogar für 180, je nachdem. Bei Yalo aktuell 185. Alternativ wäre die Bose Soundtouch 20, bzw. 10 zu nennen, wobei der Klang der 10er jetzt nicht ganz in der Liga mitspielt. Preislich wäre diese vor allem eher mit der Killbirne von Marshall zu vergleichen. Also wenn ich euch bei der Suche weiterhelfen konnte, oder euch das Video gefallen hat, dann natürlich gerne ein Like da lassen und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns ja dann beim nächsten Mal schon bald wieder. Also haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!